Der Film ist ja aus Sebastian raus entstanden. Sebastian ist einfach ein totaler Vollblut Filmemacher. Für mich ist das Filmemachen. In erster Linie was man zusammen macht, was ich zusammen mit den Schauspielern mache, mit meinem Kameramann, aber letztendlich mit allen. Es ist ein Prozess und wenn man da die richtigen Leute um sich rum hat, dann kann man ganz viel erleben und entdecken. Mit Sebastian war das meine beste Erfahrung, weil der Mann ist wirklich talentiert. Er hat es wirklich jeden Tag gebracht. Er war sehr, sehr passionate, sehr presentiert und so involviert mit der Sache. Er war auch sehr unterstützt. Sehr gut, sehr gut. Sebastian ist ein Direktor, der viel mit den Emotionen arbeitet. Er machte nicht nur eine Szene und dann schießt es, bis die Szene verliert. Es gab mir und Stefan eine Menge Involvement mit dem Skript und der Story und alles, was unglaublich. Ich bin spoilt, wirklich. Ich bin sicher. Ich bin sicher.